Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Symposium. Sie haben es gesehen, es ist ein besonderes Symposium. Wir begehen damit zugleich den zehnten Jahrestag der Gründung der Stiftung Medikunternational. Zehn Jahre sind kein Alter, keine Frage. Umso mehr aber freuen wir uns, was die Stiftung in der Kürze der Zeit, die sie existiert, bereits erreichen konnte. Ich will darüber jetzt nicht reden, sondern Sie nur darauf verweisen, dass draußen eine Broschüre ausliegt, die gerade fertiggestellt wurde und darüber intensiv Auskunft gibt. Meine Aufgabe jetzt heute Morgen wird es sein, den Bogen zu spannen von der Diskussion, die wir gestern hatten, zu dem Thema heute. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, dass in der Debatte gestern sehr klar geworden ist, dass die vielen Krisen und die tiefen sozialen Spaltungen, die in der Welt herrschen, nicht einfach vom Himmel gefallen sind, sondern das Ergebnis mächtiger politisch-ökonomischer Konstellationen, die, und das ist ja gestern deutlich geworden, einer ganz anderen Vernunft, einer ganz anderen Logik folgen, als die, die in den Bedürfnissen und Ansprüchen der breiten Bevölkerungsschichten zum Ausdruck kommt. Wir haben das vor allem am Beispiel Griechenland diskutiert und die, die gestern dabei waren, die wissen es natürlich, wir sind nicht dabei, weil sie kennen den Vorwurf, Griechenland habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, Syriza sei noch nicht in der Realität angekommen, die Griechen seien faul. Das stimmt alles so lange, wie wir die Definitionsmacht dessen, was Realität ist, eben der Eurogruppe überlassen oder den Journalisten, die, das hat gestern Stefan Hebel auch nochmal deutlich gemacht, sich ganz offenbar eben nur noch Nachplappern von Stereotypen gefallen. Aus der Perspektive der griechischen Bevölkerung, das gilt dann für viele andere Bevölkerungen der Welt natürlich auch, sehen die Verhältnisse ganz anders aus, dann sind es die Institutionen, die Europäische Union, die jeden Bezug zur Realität verloren haben und dann ist es zum Beispiel Schäuble, der noch nicht im Leben der Verlierer der Globalisierung angekommen ist. Denselben Antagonismus, den sehen Sie auch in der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik, auch das war gestern Kurzthema, was europäischen Politikern als das Problem gilt, die Flucht, die Schlepperbanden, das ist für Millionen von Menschen im Süden oftmals die letzte Hoffnung, doch noch an einem Leben teilhaben zu können, das Zugang zu Bildung, zu Daseinsvorsage, kurz zu Anerkennung und Perspektiven bietet. Wenn nun diese Hoffnung, die in den Schlauchboten der Menschen fast zum Greifen nahe ist, mit militärischen Mitteln bekämpft wird, dann ist es vor allem eine moralische Bankrotterklärung. Wir haben dann auch darüber diskutiert gestern, was es noch ist, nämlich Ausdruck eines schon grotesken Aufeinanderprallens von verschiedenen Rechtsperspektiven. Wir reden heute alle von Menschenrechten, auch Politiker tun das besonders gerne, für die dann die Menschenrechte nichts wird sind, wenn sie partikularen politischen und ökonomischen Interessen im Wege stehen. Es ist schon beschämend zu sehen, mit welcher Energie heute zum Beispiel der Rechtsschutz von Investoren vorangetrieben wird, Sie kennen das TTIP-Abkommen, auch das war gestern kurz Thema, und praktisch nichts getan wird, um die Rechtsstellung von Flüchtlingen, von Klimaflüchtlingen zum Beispiel, sicherzustellen und zu klären. Mehr denn je dominiert heute in dieser Welt das Vertrags- und Handelsrecht über das Menschenrecht. Wir sahen am Ende der Debatte durchaus auch Anzeichen für Veränderungen. Wir sind allerdings nicht allzu optimistisch geworden, das muss man auch sagen. Es ist zu befürchten, dass dieses multiple Krisengeschehen, das uns alle bewegt, noch eine Weile anhält, Ausdruck einer strukturellen Krise ist und uns noch beschäftigen wird. Und das führt unmittelbar jetzt zur Frage unseres heutigen Symposiums, nämlich wie wir denn mit all den Risiken, mit all den Gefahren, die aus diesem Krisengeschehen erwachsen, wie wir damit umgehen sollen, wollen, müssen. Und das ist, um gleich am Anfang zu sagen, keine technische Frage, sondern eine eminent politische. Der Klimawandel, der Hunger, die Entwurzelung von Menschen, die Zunahme städtischer Slums, die Gefahren von Epidemien, der Verlust sozialer Kohäsion, die wachsende Gewalt, die seelischen Erschütterungen und so weiter und so weiter, all das ist Teil eines komplexen, ineinander verzahnten Krisengeschehens, von dem inzwischen alle irgendwo eine Ahnung haben, ohne immer genau zu wissen, wie die Zusammenhänge wirklich sind. Es sei eine wörtlich ganz, ganz unruhige Welt, so Angela Merkel. Eine Welt, in der es nur noch eine Chance gäbe, wieder sie wörtlich, nämlich auf Sicht fahren. Das ist ein einfaches Regierungsprogramm, man mag darüber schmunzeln, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es exakt diese Mischung aus einer Politik der Inpolitisierung und dem Verlust von Souveränität, die in dieser Aufsichtfahrt zum Ausdruck kommt, die den Boden bereitet hat für eine Idee, die heute allenthalben von sich reden macht, nämlich die Resilienz. Ich weiß nicht, ob und wie Ihnen dieser Begriff schon mal begegnet ist, auf erstaunliche Weise hat der Begriff für viele in der Welt die Bedeutung angenommen als die Antwort auf all die Herausforderungen, die in der heutigen Zeit existieren. Quasi ein Allheilmittel gegen alle Bedrohungen, gegen alle Risiken, denen Menschen heute ausgesetzt sein können. Wenn Sie Resilienz googeln, dann stoßen Sie auf bald 500.000 Einträge. Resilienz in der Erziehungsberatung, in der Traumabehandlung, in den einschlägigen Ratgebern der Yellow Press, Resilienz aber auch in der Frage des Aufbaus von Gesundheitsdiensten in Westafrika, in den Trainingskursen von Führungskräften, beim Schutz gegen Burnout, vor dem Klimawandel, regischer Gewalt, Resilienz in der Katastrophenvorsorge, der Ökonomie, der Sicherheitspolitik. Es sind längst nicht mehr nur die Pädagogik und die Psychotherapie oder die Umweltwissenschaften, in denen Resilienzkonzepte in vielen diesen Bereichen durchaus mit richtigen und guten Absichten angewandt werden, sondern Resilienz ist zu einem fast schon magischen Wort geworden, das kaum noch aus den verschiedenen Praxisfeldern wegzudenken ist. Ursprünglich stammt der Begriff Resilienz aus der Physik, genauer aus der Stoffkunde und beschreibt die Fähigkeit eines Werkstoffes, auf Störungen, die von außen auf ihn einwirken, unbeschadet reagieren zu können. Resiliere, lateinisch meint übersetzt etwa, abprallen, zurückfedern. Angesichts der düsteren Zukunftserwartungen, die von Chaos- und Bedrohungsszenarien geprägt sind, ist es durchaus vernünftig, Vorkreierungen zu treffen, um Störungen von außen überstehen zu können. Selbstverständlich bricht nichts dagegen, die Widerstandskraft von Menschen zu stärken. Und natürlich ist es auch notwendig, Menschen in ihrem Bemühen, sich vor Katastrophen zu schützen, beizustehen. Absurd aber wird all das, wenn das Bemühen um Resilienz zur Rechtfertigung dafür herhalten muss, nichts mehr gegen die Ursachen von Krisen zu tun. Genau das ist aber meines Erachtens zunehmend der Fall. Die Idee der Resilienz ist in den letzten Jahren mehr und mehr von einer Politik vereinnahmt worden, die eben auf Sicht fährt und gar nicht mehr den Anspruch erhebt, Alternativen zur herrschenden Krisendynamik zu denken. Matthias Horx, manche werden ihn kennen, ist ein Trendforscher und einer für mich der Apologeten der neoliberalen Umgestaltung der Welt, der hat das ganz offen bekannt. Resilienz wird in den nächsten Jahren den schönen Begriff der Nachhaltigkeit ablösen. Hinter der Nachhaltigkeit steckt die alte Harmonieillusion, so Matthias Horx. Doch lebendige evolutionäre Systeme bewegen sich immer an der Grenzlinie des Chaos, weshalb künftig nicht mehr eine stetige, nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehe, sondern der Umgang mit Krisen. Von der Krisenvermeidung zur Krisenverwaltung, von einer auf Veränderung drängenden Politik zur Fahrt auf Sicht, Was Horx die Harmonieillusion nennt und verunglimpft, ist die normative Dimension, die in der Idee der Nachhaltigkeit steckt. Nachhaltigkeit, wie auch immer Sie den Begriff verwenden, auch darin entzündet sich Kritik. Nachhaltigkeit impliziert immer Wertvorstellungen, an denen sich politische, ökonomische und technologische Entscheidungen auszurichten haben. In der Idee der nachhaltigen Entwicklung zum Beispiel, da geht es um Vorstellungen, wie durch die aktive Gestaltung der Verhältnisse menschenwürdige Lebensumstände geschaffen werden können. Ein solches normatives Konzept fehlt in der Idee der Resilienz. In ihr geht es nicht mehr um gesellschaftliche Ideale, sondern nur noch um die Frage, wie sich Menschen und Systeme gegen Störungen, sprich gegen eine aus den Fugen geratene Welt, schützen können. Ihre Klammer ist nicht die Korrektur zerstörerischer Verhältnisse, sondern die Anpassung an einen offenbar unaufhaltsamen, weil alternativlos voranschreitenden Zerstörungsprozess. Die Frage, die wir uns stellen, ist, muss das so sein? Ist die beschworene Alternativlosigkeit, die gegenwärtig ja fast schon metaphysische Dimensionen angenommen hat, wirklich alternativlos? Wenn wir diese Frage richtig beantworten wollen, müssen wir den Kopf freimachen von fatalen Strategien, von Falschen, von Irrwegen und da spielt die Resilienz eine große Rolle. Deswegen beschäftigen wir uns damit, Resilienz anzuschauen. Wird nicht in der inflationären Verwendung des Begriffs Resilienz deutlich, dass es gar nicht um die Stärkung von Widerstandskraft geht, sondern möglicherweise ganz andere Interessen im Spiel sind, legitimatorische, kommerzielle? Schauen Sie mal in die Auslagen der Buchhandlungen oder in die Beratungsangebote im Internet. Es scheint, dass ein ganzer Berufszweig inzwischen sich darauf kapriziert hat, wie auf all die Verlustängste, die aus der neoliberalen Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit resultieren, Heinz Bude spricht in dem Zusammenhang von der Gesellschaft der Angst, wie auf diese Verlustängste marktförmig reagiert werden kann. Die Titel der Bücher sprechen für sich, Resilienz, was uns stark macht gegen Stress, Depression und Burnout, Resilienz, die Kunst wieder aufzustehen und so weiter und so fort. Aber wenn Resilienz sozusagen als eine Eigenschaft gilt, die prinzipiell alle Menschen, Systeme haben und die man nur durch ein wenig Training, durch ein bisschen technische Verbesserungen sozusagen optimieren kann, dann können sich natürlich auch staatliche Institutionen aus ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung, aus ihren Schutzverpflichtungen immer weiter zurückziehen. Es entsteht ein komplett neues Staatsverständnis letztendlich. Eines, dass die Verantwortung für die Bewältigung von Armut, die Folgen von Klimawandel, der in der Welt grasierenden Gewalt an Subsysteme wie Familien Kommunen, Nachbarschaften, Therapeuten, Pädagogen, Hilfswerke, Unternehmen und schließlich an jeden und jede Einzelne abwälzt. Wenn Sie genau hinschauen, sind heute tatsächlich fast alle schon damit befasst, über Resilienz nachzudenken. Absurde Beispiele. Die Bewohner zum Beispiel von küstennahen Gebieten in Bangladesch werden auf Anraten von Entwicklungsexperten, sind auf Anraten von Entwicklungsexperten bereits damit befasst, von der Hühne auf die Entenzucht umzustellen, denn die Meeresspiegel können ja nach oben gehen. Top-Manager von Versicherungsgesellschaften, Banken, Fluglinien sitzen auf Tagungen zusammen eine Pfandstadt unmittelbar nach dem Typhoon Yolanda auf den Philippinen, um über Anreize für resilientes Investment nachzudenken. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade getagt und hat zum Schwerpunkt gehabt Resilienz und macht sich Gedanken, wie man resiliente Gesundheitssysteme aufbauen kann. Offenbar geht man davon aus, dass sich die sozialen und politischen Ursachen, die hinter einer solchen Epidemie wie Ebola stehen, gar nicht mehr bearbeitet werden können, es nur darum geht, entsprechend starke, robuste, sagen manche, Gesundheitssysteme aufzubauen. Die US-Armee betreibt in einem Rahmen eines Programmes, das sich Comprehensive Soldier Fitness Program nennt, die verfolgt die Idee, komplett resiliente Soldaten zu schaffen, an denen sozusagen alles, was die Kampfkraft schmälern könnte, abprallen könnte. Aber auch Schulkinder in Israel, zigtausende, üben inzwischen in simulierten Terroranschlägen ein, wie Angst durch Atemübungen und positive Gedanken bekämpft werden können. In den letzten Jahres ist in den USA ein Buch erschienen, das den bemerkenswerten Titel trägt, The Resilience Dividend, Being Strong in a World Where Things Go Wrong. Dessen Autorin, Judith Rudin, ist nicht irgendwer. Sie ist die Präsidentin der Rockefeller Foundation und diese Rockefeller Foundation hat Resilienz schon vor einigen Jahren zu einer Top-Priorität erklärt. Man muss wohl sagen, dass die Resilienz, das Thema Resilienz im herrschenden Diskurs nicht mehr wegzudenken ist. Wissenschaftler zum Beispiel können ihre Chance, Drittmittel zu ergattern, erhöhen, wenn sie in den Antrag irgendwo das Thema Resilienz reinfummeln. Entwicklungsexperten freuen sich darüber, endlich mal wieder eine neue Strategie haben zu können. Sie haben ja sonst nicht viele Folgen vorzuweisen. Unternehmen, einschläge Unternehmen rechnen sich schon Chancen auf, aus, auf möglicherweise neue Geschäfte. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit gehabt, einen Vortrag über Katastrophenschutzmaßnahmen zu hören. Der Redner, ein Mann aus der staatlichen Entwicklungshilfe, der bezog sich auf das Konzept der Disaster Risk Reduction, ein durchaus wichtiges Konzept der Vereinten Nationen. Es geht um Reduzierung von Risiken, Gefahren, die aus Katastrophen münden können. Und auf bemerkenswerte Weise ist im deutschen Titel da nicht mehr von Reduction die Rede, sondern von Management. Also die Frage, wie man die Risiken nur noch verwaltet, managt. Und in den vorgestellten Projekten ging es dann eben auch nicht mehr darum, Alternativen zu den Sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken der Welt für die Textilarbeiterinnen Alternativen zu finden, sondern nur noch darum, wie man die Fabrikgebäude mit Brandschutzmeldern ausstattet. Es ging auch nicht mehr darum, zu überlegen, wie man der wachsenden sozialen Ungleichheit begegnen kann und jetzt wird es schlimm, sondern wie man resiliente Hotels für Touristen schaffen kann. Zusammen mit der Tourismusbranche eine Zertifizierung von resilienten Hotels, damit wir auch alle sicher irgendwo hinfahren können. Ganz offen spricht das Konzept davon, dass es natürlich darum geht, für Technologien made in Germany den Markt zu öffnen. Erinnern Sie sich noch an das Konzept? The Resilience Dividend, den Titel des amerikanischen Buchs, er bekommt an der Stelle einen ganz eigentümlichen tieferen Sinn. Die Folgen sind enorm. Wenn sich heute alle fit für die Katastrophe machen, wird die Idee einer anderen Welt, in der die Verwirklichung und der Schutz der Menschenrechte eine öffentliche Aufgabe ist, obsolet. Resilienz macht es möglich, dass sich der herrschende Zerstörungsprozess selbst noch in Zeiten größter Gefahr und Not als Business as usual fortsetzen kann. Und eben darin liegt für mich das Paradox heutiger Resilienz Konzepte. Sie stabilisieren genau jene Verhältnisse, an deren prekären Zustand sich das Bedürfnis nach Resilienz entzündet. Solange dem Krisengeschehen aber nicht politisch Einhalt geboten wird, werden selbst wohlmeinende Resilienz Konzepte keine Chance haben. Für die Hungernden im Sahel zum Beispiel, da sind sich alle einig, würde eine Stärkung ihrer Widerstandskraft die Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft erfordern. Aber genau die steht im internationalen Agro-Business, wenn nicht heute, dann morgen im Wege. In einer Welt, wo die Dinge daneben gehen, where the things go wrong, kann es auf Dauer keine Stärke geben, zumindest nicht für alle. Und das ist ganz entscheidend. Schon gar nicht für die, die nichts zu melden haben, die an der untersten Ebene der Pyramide zu leben gezwungen sind. Gut verdienenden Managern mag es vielleicht noch gelingen, private Schutzschilder gegen Burnout aufzubauen, nicht aber den sozial Ausgeschlossenen, denen jedwege Anerkennung verweigert wird und die zu einem Leben in Armut gezwungen sind. Es ist sicher möglich, die Resilienz von Fabrikgebäuden, Touristenressorts und Investitionen zu erhöhen, aber gilt es auch für Flüchtlinge? Was wäre denn die Resilienzförderung von Flüchtlingen? Ihnen bessere Boote zur Verfügung zu stellen? Sie auf drohende Abschiebungen vorzubereiten, psychologisch vorzubereiten? Es wird an diesen Fragen deutlich, wie wenig der gegenwärtige Resilienzdiskurs die tiefen sozialen Spaltungen, die in der Welt herrschen, reflektiert und wie unsinnig er mitunter sein kann. Lassen Sie uns also gemeinsam darüber nachdenken, ob uns Resilienz als eine dominierende Strategie wirklich weiterhilft oder ob wir nicht eher ganz andere Begriffe und Konzepte brauchen, die uns leiten und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt viel Erfolg für den Tag.